Eins, go! Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mit Special Guest. Dem ekligen Roko Harald. Roko Harald ist mein Name, ist mir auf der Seite von H. Und Isaac ist auf Seite S, weil er heißt mit dem Nachnamen Schmidt. Okay. Wir machen Lucky Plots-Fälle mit den krassen Blücken. Oh, bei mir ist ein Creeper und ein Skelett. Ja, das ist dein Pfeil. Okay, das ist mein... Okay, fangen wir jetzt an? Das Timelave ist 10 Minuten. Ja, fangen wir an. Okay, go. Danach ist ein episches Battle. Das ist so eine Scheiße. Du kannst es sehr stifig und machen, ne? Vielleicht was? Es ist sehr stifig und ja, also einfach töten. Oder... Okay, aber da musst du mit mir reden vorher. Oh Gott, äh, äh, ja, ja. Danke. Aha. Ah, okay. Ey, bei mir ist auch ein Skelett. Was ist das denn? Ah, bei mir ist auch ein Skelett. Ach, nee, was ist das denn für eine Kacke? Oh, das ist krass, damit töte ich ihn. Damit nicht. Oh, Leute, der leckt. Ey, guck mal, ich schaff was für dich. Komm her, komm her. Nein. Guck mal, doch, doch. Guck mal, guck mal. Nee, nicht. Ich bin auf deiner Seite. Guck mal, für dich. Okay. Dann wird dein Leben besser. Ich sag mir nichts ein. Ich schwöre. Okay, okay, okay. Aber guck mal hier, dadurch wird dein Leben besser. Ja, es gibt zwei von uns. Oh, jetzt die Frage, wer ist der echte? Der Gewinner ist der echte, okay? Da hinten ist übrigens ein Ghast. Ist mir egal, ist deiner. Ich weiß. Oh, the fuck. Boots aus, ist sehr geil. Oh mein Gott, bitte. Ach, ey, weißt du, komm, du Scheiße, ne? Ey, du hast gerade einen Brunnen bekommen. Ich hab noch nichts Gutes bekommen. Was öffnest du eigentlich zuerst? Ich hab schon meine Astralblöcke geöffnet. Oh, Mann. Hast du ja nur Strat aus dem bekommen. Ja, ich hab noch mal. Bitte geht zu 1,6 rüber. Äh, mach doch, das ist ein Gutes in 0. Einmal habe ich Dings bekommen, einmal habe ich einfach nur durch den Boden fallen. Oh, was ist denn das für eine dumme Scheiße? Das ist weg. Oh, mein Gott. Hey, was bist du denn? Ist it lucky or not to care? Ey, wie cool ist das denn gewesen? Was ist das denn? Äh, ich hab, ich hab ein Dungeon gespawnt. Hahaha. Guck mal. Guck mal, das Dungeon. Ich geh looten. Okay. Ich geh looten. Ich auch. Ja, ich geh, ich geh, ich geh looten. Ne, ich weiß. Ey, du kleiner Bastard. Was denn? Äh? Warum kann ich das nicht abbauen? Ach so. Ey, willst du dich verarschen? Kannst du gerne looten? Mir eh nix. Ich bin eh schon. Aber da ist noch eine Kiste. Nice. Nice. Bitte game. Jetzt ist die Entscheidung schwer. Was nimmt mich? Hier bringt mir irgendwie nichts. Bei mir ist sie nicht so schwer, weil ich nur Dreck. Ja, ich find auch nur Dreck. Skeg Whispers. Äh, ich kann nicht. Ich kann nix platzieren. Ja, ich kann auch. Ach, ich kick nur Scheiße. Warum kannst du was platzieren? Warum sollte ich nicht können? Ich kann nix platzieren. Ah, jetzt. Ja, aber weißt du, wir haben jetzt noch nicht. Oh, Tiny Terrors. Dieses Game ist einfach nur Scheiße. Warum? Ach, ich schuldig. Hä, wo ist mein Spawnpoint ist weg? Ja, weil da drin irgendwas zu spawnen ist. Musst du den neu setzen. Professionell. Seht ihr euch? Danke. Victory. A friendly giant. Kann ich den auf dich schätzen? Also Spawnpoint. Ah, ich bin Gamemodel. Ey, was gibt's da nicht? Ich bin ein bisschen. Ey, guck mal, ich hab, äh, ich hab was Neues. Ich hab noch einen Dungeon. Was ist das denn? Digga, so unfair, Mann. Äh, einfach gibt's hier, äh, schon Emel-Lüstung. Also gibt's hier Emel? Ja, ich glaub schon. Kann man die hier? Ja, das ist klar. Haha. Ja, das ist cool. Nix. Sag mal. Bitte, game. Nee, sag ich nicht. Uncool. Krass. Warte, was? Boah, das ist geil. Hast du gespawnt? Ach, Mann. Alter, meine Insel ist ja nur Scheiße. Ey, das gibt es doch nicht. Rat mal was für Komma. Slime Kings Castle. Was denn? Warum wieder? Ja. Ich krieg die ganze Zeit nur Dungeons. Was? Ein Sex was blown ab, ey, Korko? Stark. Was hast du gemacht? Nichts. Ich verstehe es nicht. Du hast mich gekillt? Alter, ich bin bei dir. Doch nicht. Bist du unsichtbar? Ich war mir verpissbar. Ja. Hä, warum spuck ich Brot? Siehst du das? Ja, ja. Ist das ein Item, was du nennen willst? Nein, es kommt einfach unendlich wie Brot. Hä, ich... Sterb mal kurz. Das ist witzig. Ich... Ich... Ey, jetzt mach ich das. Ey, ich spawn ganz weit unendlich Brot. Ich kann nicht aufhören. Hör. 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 Dem. Er machst du... Togged Unfall. Mach du das mal bitte ich. Ey, komm mal... Komm mal in die Mitte. Kann ich nicht. Doch, doch, komm mal her. Nein, ich kann jetzt nicht. Funktioniert bitte. Warum funktioniert der Karten nicht? Wie funktioniert der Healing Wound? Äh, du musst jemanden schlagen dafür. Ah. Wo bin ich denn? Lass ja, der GbN. Lass ja, der GbN sehen. Ah ja, stimmt. Ich muss nicht noch... Ah, der GbN ist halt hier übelst überfüllt, ne? Was machst du hier? Ich muss... Ich hab meinen Zorn-Fort nicht neu gesetzt. Ah, das ist cool. Das muss ich behalten. Ja, ich hab immer noch diesen Scheiße-Effekt, weil ich die ganze Zeit Brot werfe, wenn ich Brot in die Hand nehme. Ich bin... ...point. So. Only Hope. Ne, wenn ich junger Schlage bekomme ich keine Regeneration. Bom, welche Scheiße-Klänge habe ich ausgesagt, so eine kleine Map zu machen? Huse und Söhne. Die... 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 Sodass sie so ein Glück haben, ich hab' nur Müll! Digger, ich will keine Potions. Ich schon! Nicht so viele... Er kriegt nur Lava und Impossible in die Fresse. Und das hier? Holy fuck! 왜 hier stadt ist das denn? Man Numberan, wir müssen mal testen bei dir. dir wirst mich so hart wegflexen. ob die sich in die kommentare geschrieben leute im ersten video skeleton spawner das ist wirklich einer ah ich hab nichts zum upporn ah your chocolate wish come true ja der kam bei mir ich glaub dadurch kannst du dir speed geben was ich werd halt wie top mit eisen oh der ist ja voll cool man gleich hat sich eigentlich scheiße mit lucky blocks ausgedacht was ist nie passiert ein gefängnis aus eis wenn ihr mehr davon sehen wollt lasst ein like da du musst der schick einfach eingeben ach das darf ich hin ja ah geil tötet ihn tötet den rocker ist king rocker welchen von uns auch der geil jetzt gab ich mein eigenes dubel an ja oder meine faker näher waren king rock oder öffnen in europa gespawnt was ist das denn das ist ja wohl ein witz ja mob spawner bekommen weißt was ich bekommen hab ich bin mir sicher dass da oben was ist leute ihr müsst einfach bitte ach ihr wollt gefickt ich wollte geflagst was sind was ist denn das da smile lucky block kann man den upper nö kommt ich sie fand das erste gute oh wie cool ist das denn krieg ich nicht mehr davon wieder diese scheiße das beste was ich bis jetzt willkommen habe die ablocken oder nö 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 lucky endermann ey nö 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 hey ich hab was macht damage jetzt habe ich ihn zu dir rüber geschlagen gehen nö 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 ich will das nicht die ganze zeit machen muss man muss nur und danach ein vergeben ja ja mach ich danach ich bin dann momentan war sie guckt kann ich jetzt einfach das so macht wo wie cool ist das denn wo bist du bei mir ich hoffe ich trefflich scheiße ich bin ich mach sogar das hier aber du bist beim rainbow coaster ich habe granaten geworfen meinst du das hier du anschlag er ist noch ein tt er auch der gas flucht der karibik haben wir immer noch nicht geguckt oder einen tag danach nicht ankommen schlafen muss sein vor allem tatsächlich so nie auf zu lügen ja doch tagsüber starb ich ab und zu ach weißt du bei mir ist man jedes mal älter männer mit termiten termiten damit kannst du andere dimensionen ja klar bei dem hat er bieten erzhaft den ball die mir auf eisen rüstung ja bei mir wird die die aus zum grüßen einen lucky block des helft und dann werft sie weg aus fernes gründen die fern ist er auch hier ist am anfang er verstehe ich ja nicht ich bin ich aber nicht oh kratzen ey komm mal her komm mal her komm mal nee das ist unfair das hatte ich um die zehn mal oder so ja die auch jetzt um zehn mal guck mal guck mal rocker guck mal guck mal bau diesen block ab der ist überkrank okay der ist überkrank genau der ist auch krass okay okay warte warte ich komme der ist minus 27 und dann ich habe es in der mitte platziert ja ich bin so klasse typ ich habe übelst ja man bekommt dann ja die du scheiß guck wer shooting star damit kannst du ja was kann ich damit machen lag die block auf 100 plus das ist jetzt unfair jetzt habe ich kein mehr ich habe noch voll viele weil wie weit ist in der timer könnte sie mir ein hätten schon lange auf und ja sagt ja eben ja okay wir haben kein teiler da gibt mir einen block als entschädigung ok achten fast nein er kann das so bis zu einem ganzen game rauskommen ja klar die ja block du willst du mich verarschen ein trollblock mit äh nether star fall star verbündet was kommt aus ein pink schieb ja ist nichts negatives das zählt als mitte hier einfach ich brauche kein eisenhelm ich nutze einfach dein kopf der ist poste sind ach so fuhls gold du hurensohn was ist mit mir wer hat mir fulls gold bekommen ergegeben ich kann ja nicht alle glöcke abgeben warum hat es aber so lange gebrauchen was nicht verbaut was die blöcke verbaut warum hast du denn so viele weil ich so hart auf die fresse kriege ich habe keine zeit dafür war so hart slime kings kaste ja ich kann meine einzige war für die ein bisschen schaden der mich macht kann ich essen das kann man ja auch kraft gar nicht so nicht die rot man warum lex ist so sehr hier kann ich das nicht öffnen warum kann man keine schleimblöcke platzieren warum weil ich ein key habe und ich habe den schlüssel aus der kasse genommen und aus dem hier ich dachte ich dachte der schlüssel wäre nichts wert und ja ja die sind auch nicht sehr lass sie mal liegen und sagt mir wenn du die liegen gelassen das ist schon gehalte deine schrifte aber da eigentlich sind wir auf meiner seite hier dürfte es tierisch nix suchen ja aber du wirst von der kasse darfst du es gut ich bin ich nicht von dir ich weiß überhaupt eine berechtigung hättest du mir das zu verbieten du arschloch sechst du bist ich hole meine mamie und die schlägt dich dann zu breit ja ein plus hundert block was gibt es mir schleim ja schade ich hätte gehofft dass du ein dinges bekommst auch ein pinke schieb bist du eigentlich hoch gekommen geht sie überhaupt hoch wo da oben ist ein boss ja eben da krieg ich noch mal das geile zeug wie kommt man denn da hoch ich weiß wie ich da hoch komme man kann auch nichts platzieren man muss den richtigen weg finden aber es gibt hier keinen weg hoch man muss einfach ein bisschen warten und dann kannst du wieder was platzieren ich gebe bei mir ganz halt schon nicht ja du musst ein bisschen weg gehen doch warum ich kann nicht warum wurde mein game und abgedatet ach so und wem ah das setzt das automatisch um ah ja ich habe mich schnell geht es dann wieder in die kräfte modus ja mann alter jetzt habe ich die rüstung ist ja wie komme ich jetzt nach oben wie bist du nach oben gekommen gar nicht bin ich ja wie kommt man denn da nach oben keine ahnung wieso du kannst es bin ich scheiße ich bin ein mann glaubtest ich habe mich hoch gefällt ja ich habe auch in der perlen geholt die scheiß idiot ich meine ich habe keine ach das ist ein castle auf einem castle ja nicht wirklich ich kann ihn einfach runter schubsen liegt der noch schubs der feuer das sind übelst die hacker ja ok slime blöcke sind die neue meter kann ich auf den nicht zugreifen ey bitte sag mir nicht der andere zum villager wird schon gegessen immer kommt nicht in die obere etage rein ja lass es doch jetzt einfach ich will ich weiß wie das geht da habe ich dazu nicht die möglichkeiten ja du bist du ich habe noch ein paar blöcke die öffne ich jetzt auf meiner seite für die safeness vielleicht spiele ich etwas mit dem ich dann ins castle komme ich meine das ist nicht der 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 die der der funktioniert so hat war da haben würde ich so abfangen scheiße mann er mag ich die selbe hat immer dieselbe scheiße als ja nur zwei sachen ausgedacht die kommen können was ist denn das so war ich kann ich darüber ich glaube nicht oder ich glaube nie du hast uns gut gefunden glaube ich nein du bist viel besser krippt spaß ich habe noch eine sache im hinterhand eine frage hast du nicht benutzbare waffe ja gibt es irgendwo eine weltband ich habe einer auf meiner seite da ist da noch holz willst du es verarschen an deinem haus habe ich immer schön auf deine seite er geht nicht das immer schön auf seine seite ja wo ist denn hier in dingen nein du willst jetzt auf deine seite machst du ein warum weil du grad ihr schuhe eingesammelt hast gibt dir zurück du darfst du hast nichts von dieser seite behalten diese reglung kann wussten hier heute ach ja ich kann ich gesehen tu was dagegen dass man von gegen einsammeln kann er war ich gar nicht man davon anfangen dafür hast du eine wasser nein das ist unfair ich will meine ich will meine ich will meine portion zurück natürlich ein diga nur ich essen wollte aber ja schon so kannst du weg geworfen oder wird er aber im ersten nicht als idiot was irgendwas besonderes ja nein egal der war schuld zwar eine krasse ekraft der portion die dir hunger 10 gegeben hätte und so hast du habe ich und schwäche der meint mal dann vom aus der des glücklichen ich habe keine alle alles aus fern ist gewünscht Prozent er hat das hat immer eine arena okay kann er hat mir was sagen weil die städte nicht angezeigt sind hier fach nur der emmelsachen besser jetzt wird vielleicht sagen sollte für den tipp tatsächlich lesen gar nicht danke für den tipp ich habe noch genügend ja weil die sind nicht besser ja stimmt eigentlich deswegen guck doch mal nach okay ich bin ready ich bin noch nicht ready auch jetzt brauche ich noch mehr holz oh mein gott wie soll ich ja es wird so ein dummes weil wir haben gefühlt die gleiche rüstung wir haben gefühlt beide gleich scheiße aber ich finde ich wie viel protection hat dein hat deine rüstung wie viel hat deine sag ich nicht also sag ich auch nicht mehr als eins wie mehr als eins mehr als ein protection ach so aber warte meint ja ähm meint ja ok mehr wie in die witzenden ok bist du ready ja was ist da so ne scheiß arena wo bist du es gibt keine arena ja eben sag ja kann ich weiß halt nicht was stärker ist ja ist halt pech ok go was nein ach naja ok dann nicht ja die hat nicht gesehen ok warte ah das verbindet sich go ok bitte bitte oh mein gott das ist das win erster was machst du denn Rokko ich hab dich gefehlt ey erst, erst, erste Runde geht an mich warte ich geh mich ja, okay erst, erste Runde geht an dich ja das hast ja auch ein ein paar jahres gott das one-hitet mich einfach best, best of free ah, häh, mein, 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 mein Ding ist weg ja, warte, du one-hitet mich doch die ganze Zeit oder war das gar nur lucky nein, ich hab dich nicht gewonnen ich hab um dich hast mich gewonnen ich hab dich um die sexuellen geschlagen warum gehst du mich an? weil es los ging ich hab ach so egal so game mode null äh, ok, es geht los in drei oh ja, free die creeper helfen mir es geht noch nicht los, ne es geht noch nicht los, ne ach so, es geht, was, wie geht es jetzt los, ne nein ja, bei allem hat sich mein Scheiben ach, ich Junge verpisst euch jetzt mach ey, wenn ich schon dein langes Schwert sehe go time set 1 so es geht los nein, der Regen muss da sein warte äh, gibt, nein, kein Regen gehts los? doch, für die Dramatik ah, ok go ok äh, es ist eine Runde, es ist eine Runde, geht nach mich ja, du musst dich töten ach so, warte nach jeder Runde killen damit du keinen Effekt mehr hast hab ich ihn nicht mal ja, du hast einen guten Effekt ha, ha, ha ha, ha ok, es geht los in 3 2 1 ha, ha, ha ich hab 6 davon ha, 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 ha ich komm hier nicht raus ha, ha, ha ha, ha, ha ich komm hier nicht raus ha, 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 ha das zähle ich ja gar nicht, weil ich bin ausgetappt doch eine Frage, was macht man mehr? wie hab ich überhaupt nicht ein Damage gemacht? nein soll es losgehen? eine Frage, macht das hier damage? warum leckst du so? hallo, macht das hier damage? warte, Mama? ja wieviel? ein halbes ganz kurz und der Schwert? ja, ich kann man eventuell noch sortieren genau ja, hälfte Griefer das ist übelst unfair das ist einfach nur dieses Dreck Schwert, weil sie am Ende noch durch die Treu-Blox auf Level 100 gemacht habe äh, gg äh, gg äh, was? ich will es vorbeifahren ja, das Video machen wir mal äh, machen wir noch ok, das war's meine Schoko-Hasen ok, meine Joko-Bienchen, das war's, leist ein Like da und kommentiert das Video, wenn du ihn nicht mehr sehen willst ja, genau ich darf's ja auch hoch auf meinem neuen Kanal, äh, äh, der Altes ne, also wir machen's so, äh, die Aufnahme schick ich jetzt in Ice X, wenn ich jetzt meine Aufnahme bei sie hoch und ich hab jetzt eine Aufnahme bei mir hoch weil hier, wie viel geil ist, äh, was für geil ist, äh, was für geil ist, äh, also los geht's, that's free hey, wieso hast du so den Knockback gegeben? ich weiß nicht warum ich hatte, hey, ist wahrscheinlich deswegen, hey, 2 aber warum gibt man das? go, ok, 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 ok Wetter ja, ey, du hast sogar Gold Äpfel ich hatte einen, okay, Apfel ja, ist gut, das ist feier ah ja, gut, dass ich ender fern ab äh, dadurch sind sie bisher ausgeglichen jetzt lieg lieg nein, ich eher, not bad reduced nein t 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 ok 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 der Szene, ich muss mich natürlich nicht sehen, zwar mein Plan meine Intention hier let's go ok hat mir krass effektiv gegeben scheiße der noch weg und gehen wir uns zu krassen, noch weg ich habe hier noch einen Kasten noch weg ach, Digga, wenn war ich mit dem scheiß Fleisch auf die Auge, GG Habe ich Habe ich aber noch so gewonnen ja, ich habe jetzt auch ich habe die extra konnte war das Afterbitte äh, jetzt müsst ihr aber ein Abo da lassen sonst werdet ihr von mir besucht und gegen Spinnen in den Arsch ja, in der Nacht warum tanks aber so viel mehr als ich äh, ich war einmal auf zwei Herzen ich bin auf ja, 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 bin gut äh, wie viel, äh, Protection hat deine Rüstung 1 Gold und Protection 4 ah, ich habe auch Protection 4 wir müssten gleich tanken aber auf meine DIA Hose äh, warte, ich habe mir grad zwei Boots gegeben ok, ich warte fuck, ja, ja ja, lag am Schwert ey, jetzt gewinnt er hat komplett gewonnen hat er in der Presse ok, das war's meine Rocco Beating Team hier machen wir schon